Willkommen bei BILDNER TV und unserem zweiten Video zum Thema Kopf- und Fußzeilen in Wörth. Heute tauchen wir noch tiefer ein und ich zeige euch, wie ihr bei großen Texten, wo ihr viele verschiedene Kopf- und Fußzeilen benötigt, das Ganze einstellen und regeln könnt. Hallo, hier ist wieder euer Andi und es geht heute wieder um das Thema Kopf- und Fußzeilen. Wir haben ja schon das erste Video dazu gemacht, den Link dazu findet ihr mal hier oben. Warum? Dann seht ihr euch bitte auch das erste Video dazu an, wo ich die Grundlagen erkläre. Und heute haben wir folgendes Problem. Wir haben einen größeren Text. Ich gehe mal kurz ins Word rein, dass ihr auch das mal seht. Ich habe jetzt hier einen Text, der ist insgesamt zehn Seiten lang. Könnte auch einer sein, der 50 oder 100 Seiten hat. Zum Beispiel eine Hausarbeit an der Uni oder eine Masterarbeit, eine Bachelorarbeit, so etwas. Und die sind ja häufig unterteilt und in verschiedene Kapitel und verschiedene Absätze, die ich habe. Und da möchte ich vielleicht auch, dass sich die Kopf- und Fußzeile entsprechend ändert. Das kann ich jetzt aber mit meiner normalen Kopf- und Fußzeile ja erstmal nicht machen. Denn eine Kopf- und Fußzeile wiederholt sich ja auf jeder Seite, egal ob das fünf Seiten oder 100 Seiten sind. Was ich euch im letzten Video gezeigt habe, war, wie ihr eure Titelseite, euer erstes Blatt anders gestalten könnt. Das war ja ganz einfach. Ich bin im Word, gehe in die Kopf- und Fußzeile und habe dort eingestellt, erste Seite anders. Ja, aber wie der Name schon sagt, ist das nur die erste Seite. Was ich hier noch machen kann, ist, dass ich die geraden und ungeraden Seiten unterschiedlich anzeigen lasse. Wozu brauche ich unterschiedliche Kopf- und Fußzeilen bei geraden und ungeraden Seiten? Ja, denkt einfach mal an ein Buch. In einem Buch habt ihr auf der linken Seite die Seitenzahlen links stehen. Und auf der rechten Buchseite die Seitenzahlen rechts. Ja, und auf der rechten Seite stehen normalerweise die ungeraden Seiten. Das ist die Vorderseite in dem Buch. Und auf der Rückseite des Blattes stehen sie dann eben auf der linken Seite. Und genau das können wir mit diesen gerade, ungeraden Seiten anders einstellen. Also wenn ihr mal ein Buch schreiben wollt mit Word, dann könnt ihr euch da auch entsprechend die Seitenzahlen richtig positionieren. Wie mache ich es? Ich gehe einfach nur in den Kopf- und Fußzeilen-Tools, schalte gerade und ungerade Seiten unterschiedlich ein. Und dann seht ihr, ich bin jetzt hier in einer ungeraden Kopfzeile. Steht beim Text mit dabei. Genauso natürlich die ungerade Fußzeile. Und wenn ich auf die nächste Seite blättere, dann ist das hier die gerade Kopfzeile. Ja, und ihr müsst einfach nur einmal eine gerade Kopfzeile erstellen und einmal eine für die ungeraden Seiten erstellen. Und das war es schon. Ja, und jetzt bleibt noch ein weiteres Problem. Was ist, wenn ich einen sehr, sehr langen Text habe und ich möchte, dass meine Kopf- und Fußzeilen sich in meinem langen Text immer wieder ändern? Ein Freund von mir, der hat es einfach so gelöst. Er hat einfach drei verschiedene Word-Dateien gemacht und hat dann dort die Kopf- und Fußzeilen eingestellt. Viel zu umständlich. Man kann das auch in einer einzigen Word-Datei. Auch da kann ich für verschiedene Seiten verschiedene Kopf- und Fußzeilen anzeigen lassen. Wichtig jetzt erstmal, ich kann das nicht mischen oder nur sehr schwierig mischen mit den gerade und ungerade Seiten. Deswegen schalte ich das jetzt mal wieder aus. Und ich zeige euch auch mal im Text, was ich hier habe. Ich habe hier ein Kapitel 1, das auf Seite 1 beginnt. Das geht über, glaube ich, drei Seiten. Ich blätter weiter. So, und jetzt kommt auf Seite 4 mein Kapitel 2 und dann habe ich bei Seite 6 oder 7, auf Seite 7 geht ein Kapitel 3 los. Und für jedes Kapitel hätte ich jetzt gern eine eigene Kopfzeile. Zum Beispiel, dass die Kapitelüberschrift in jeder Kopfzeile nochmal steht oder irgendein besonderer Text, worum es in dem Kapitel geht. Irgend so was möchte ich in der Kopfzeile gern drin stehen haben. Ja, bevor ich jetzt die Kopf- und Fußzeilen überhaupt erstelle, muss ich meinem Word-Dokument mitteilen, dass ich es in verschiedene Abschnitte unterteile. Dazu geht ihr oben auf das Register Layout und dort findet ihr die Umbrüche. Ihr habt hier zwei verschiedene Umbrüche, nämlich einmal die Seitenumbrüche und einmal die Abschnittsumbrüche. Und wir brauchen eben die Abschnittsumbrüche, um unser Dokument in verschiedene Abschnitte zu unterteilen. Vier Punkte, die ihr hier habt. Nächste Seite, fortlaufend, gerade und ungerade Seite. Dieses gerade und ungerade Seite hat er bereits für euch automatisch ausgewählt, als wir vorher gerade, ungerade Seite anders angeklickt haben. Das heißt, die braucht ihr jetzt hier eigentlich weniger zum Einstellen. Wir brauchen den Abschnittsumbruch nächste Seite oder fortlaufend. Der Unterschied ist, ihr habt ja zum Beispiel in Büchern häufig so Kapitelwechsel, die sind mitten im Text. Da nehme ich einfach den Abschnittswechsel fortlaufend, einfach mitten im Text drinnen. Oder wenn ihr immer auf einer neuen Seite beginnen wollt automatisch, dann nehmt ihr den Abschnittsumbruch nächste Seite. Und so habe es ich jetzt hier eingestellt. Ja, ich gehe in meinen Text und blätter mal nach oben, wo mein nächstes Kapitel beginnt. Hier ist mein Kapitel 2. Das heißt, ich gehe mal auf die Seite vorher, ans Ende des Textes. Und stelle jetzt hier ein, Layout, Umbrüche, Abschnittsumbruch, nächste Seite. Hier ein paar mit verschobene Leerzeilen, die ich mal rauslösche. Jetzt habt ihr euren Text in zwei Abschnitte unterteilt. Wir haben ja noch ein drittes Kapitel. Also blätter ich noch zum dritten Kapitel. Haben wir hier. Auf der Seite vorher klicke ich ans Ende. Und füge wieder den Layout, Umbruch, nächste Seite ein. Ja, auch hier habe ich noch ein paar Leerzeichen. Ich zeige euch das Ganze mal. Ich gehe auf Start und schalte mal die nicht druckbaren Zeichen ein. Dann seht ihr, ich habe hier ein paar Leerzeilen, die ich rauslösche wieder. Und wenn ihr die nicht druckbaren Zeichen eingeschaltet habt, dann seht ihr auch den Abschnittsumbruch. Das ist hier so eine Linie. Und wenn die sogar in einer eigenen Zeile steht, ich mache hier nochmal einen Zeilensprung hinein. Dann seht ihr, steht auch da Abschnittswechsel, nächste Seite. Das kann man manchmal etwas schwer sehen, wenn ich mal zurückblättere zu meinem Kapitel 2 und darüber. Ja, hier sieht man es sehr schön. Abschnittswechsel, nächste Seite. Aber stellt euch jetzt mal vor, der Text geht bis ans Ende der Zeile. Dann sieht man nur so einen kurzen Strich. Also, da muss man dann schon genau hinschauen. Oder ihr kennt natürlich einfach euren Text. Ja, jetzt habe ich drei Abschnitte. Und wie stelle ich jetzt die Kopf- und Fußzeilen für den jeweiligen Abschnitt ein? Ihr geht einfach in den ersten Abschnitt. Ich bin jetzt in meinem Kapitel 1. Gehe dort in die Kopfzeile. Und schreibe einfach mal in die Mitte. Kapitel 1. Ich mache das Ganze mal fett und in der entsprechenden Farbe. Die nicht druckbaren Zeichen schalte ich mal wieder aus. Ja, und jetzt seht ihr auch hier steht schon Kopfzeile Abschnitt 1. Ich blätter mal runter. Zweite Seite. Dritte Seite. Und jetzt kommt ja dann auf der vierten Seite unser neues Kapitel. Und erst mal wiederholt sich die Kopf- und Fußzeile. Also, es geht jetzt bis zum Ende vom Text. Steht hier überall Kapitel 1. Wenn ihr jetzt aber den nächsten Abschnitt anschaut, dann seht ihr, steht hier Kopfzeile Abschnitt 2. Und rechts steht wie vorherige. Das bedeutet, diese Kopfzeile soll ausschauen wie die im vorherigen Abschnitt. Das müssen wir nur noch ausschalten. Dieses wie vorherige. Und dann können wir die Kopfzeile komplett separat gestalten. Also, ich gehe im Abschnitt 2 in die Kopfzeile rein. Gehe oben auf meine Kopf- und Fußzeilen-Tools. Und dort findet ihr den Punkt mit vorheriger Verknüpfen. Den schalten wir jetzt aus. Einfach draufklicken. Dann seht ihr auch, dass hier dieses wie vorherige ausgeschaltet ist. Und jetzt kann ich diese Kopfzeile komplett anders gestalten. Ich mache jetzt hier mal Kapitel 2 und gebe dem Ganzen mal die Textfarbe rot. Ja, und dasselbe machen wir jetzt noch bei Kapitel 3. Das heißt, ich gehe in meinen nächsten Abschnitt. Blättere weiter. Hier sind wir Kopfzeile Abschnitt 3. Auch die ist wieder eingestellt wie vorherige. Das müsst ihr übrigens nicht auf jeder Seite einstellen, sondern nur abschnittsweise. Ich klicke rein. Kopf- und Fußzeilen-Tools und ich schalte das mit vorheriger Verknüpfen aus. Und jetzt kann ich sie beliebig abändern. Das kriegt noch die Farbe Blau. Ja, und jetzt, wenn ich das Ganze mal durchblättere, ich springe mal ganz an den Anfang. Unser Kapitel 1, hier oben gelb mit Kapitel 1. Und wir blättern mal weiter runter. Und bei Kapitel 2 haben wir dann auch die entsprechenden Kopfzeilen. Ja, analog verfahrt ihr natürlich auch mit den Fußzeilen. Die könnt ihr dann entsprechend genauso unterschiedlich einstellen. Und falls ihr bei den Fußzeilen jetzt einfach nur zum Beispiel rechts immer die Seitenzahlen haben wollt, dann lasst ihr einfach das wie vorherige in der Fußzeile eingeschaltet. Dann braucht ihr nur einmal rechts unten die Seitenzahlen einstellen. Und schon habt ihr sie auf allen Seiten. Oder ihr wollt sie wieder abschnittsbedingt ändern. Dann schaltet dieses wie vorherige auch für die Fußzeile aus. Dann könnt ihr die ändern. Also Kopf- und Fußzeile sind mit diesem Bemerkung wie vorherige getrennt. Ihr könnt es zum Beispiel bei der Kopfzeile einschalten, das wie vorherige, und bei der Fußzeile separat ausschalten. Die beiden haben da nichts miteinander zu tun. Ja, so könnt ihr euch jetzt euer Dokument anpassen, wie ihr es wollt. Ob ihr zum Beispiel einen großen Text in der Firma habt, den ihr einfach in ein paar Abschnitte unterteilen möchtet, oder ob es für die Uni eine Hausarbeit oder Bachelorarbeit ist. So könnt ihr eure Kopf- und Fußzeilen ganz individuell nach euren Bedürfnissen gestalten. Noch viel mehr zu Kopf- und Fußzeilen findet ihr natürlich in unseren Büchern zu Word, Einsteiger und auch dem Profi-Wissen für Anwender. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Die Bücher sind von Dozenten geschrieben, mit sehr, sehr viel Praxiswissen und Profi-Wissen. Und da findet ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Wenn ihr keins unserer Videos verpassen wollt, dann vergesst nicht uns zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn ihr mir ein Like da lasst. Ja, bis zum nächsten Video bei BILDNER TV. Bis bald, euer Andi.